Bist du bereit? Für ein neues, extra-langes Abenteuer in einer neuen Stadt. Wir haben ein riesengroßes Problem. Das Ende unseres Universums? Klingt ein bisschen dramatisch, aber ja. Zeit, die Wahrheit zu sagen. Wir sind an einem Punkt, an dem mir jemand ein Miraculous gestohlen hat. Ist das ein Geist? Ich muss rausfinden, was er will. Du wirst das Inkriegen nicht verpassen. Miraculous World London, die TV-Premiere am 30. November im Disney Channel.